Ich werde deine Wünsche erfüllen. In nicht allzu ferner Zukunft erscheinen Elrics in unserer Welt. Ein bestimmtes Mädchen trifft auf seinen Elric und begibt sich in die Schlacht um ihren Wunsch. Tamma! Warte, gib mir Tamma zurück! Dann musst du schon mit mir kämpfen, Ruko. Ruhe, nicht kämpfen! Auf gar keinen Fall! Bis dann also, blöde Kuh. Der Herrscher über den Weißen Garten. Die Existenz, die sämtliche V-Cross-Battles kontrolliert. Denkst du an deine Freunde? Sicher tust du das. Wir Selektors und Elrics sind alle ihre Marionetten. Sie spielt einfach nur mit uns. Hier und jetzt wird nun das neue Eternal Girl geboren. Du bremst vor Eifersucht und willst dich an allen reichen. Wir werden nicht verlieren! Wir sind doch schon bei Level 4! Die Show ist vorbei. Warum nur? Warum habe ich das getan? Korrekt完 Wie? Untertitelung des ZDF, 2020